Der Karlsruher SC und der 1. FC Nürnberg trennen sich 4 zu 1. Die Karlsruher setzen endlich mal wieder ein Zeichen, vor allem um da unten wieder rauszukommen und holen wichtige drei Punkte. Nürnberg verliert Punkte, um da oben dran zu bleiben, aber heute muss man sagen, insgesamt eine verdiente Niederlage für Nürnberg. Es ging fantastisch los für den KSC, nicht mal eine Minute gespielt und es war Nebel, der das 1 zu 0 für den KSC erzielte. Danach fielen allerdings keine Tore mehr, was man eigentlich erwarten konnte nach diesem rasanten Start. Insgesamt bis dato würde ich sagen, trotzdem relativ ausgeglichen die Partie 1 zu 0, der Pausen stand. Es war dann Usun, der knapp eine Viertelstunde nach wieder an Pfiff das 1 zu 1 erzielte für Nürnberg. Und ich würde sagen, es geht einigermaßen in Ordnung, also es ist okay. Aber der KSC für mich trotzdem zum Teil die bessere Mannschaft. Und so war es Schleusener, der nur 10 Minuten später auf 2 zu 1 stellte und den KSC wieder in Führung brachte. In der Folge hätte Nürnberg vielleicht auch etwas mehr tun müssen, um den Ausgleich zu erzielen. Das gelang nicht und so war es, ich hoffe ich lese den Namen, richtig Zivziwatze. Ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen in der 89. Minute mit dem 3 zu 1 und natürlich der Entscheidung. Aber es wurde noch bitterer für die Nürnberger, denn jetzt der genannte Zivziwatze zielte in der vierten Minute. Der Nachspielzahl hat seinen Doppelpack und somit den 4 zu 1 entstand. Ein wichtiger Sieg für den KSC und eine bittere Niederlage für Nürnberg. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.